35,50? 38 Euro, so in etwa. Naja, vielleicht 32 Euro. Ich denk mal so 30 Euro. Ein Monat Busfahren in Erlangen, 40 Euro vielleicht? 40? Vielleicht 50? Ich hab keine Ahnung. Bestimmt dann die 40 Euro. 34,60 Euro? Das ist gut. Für einen Monat die ganze Stadt? Doch, auf jeden Fall.